Sehr übnehm ist das Militärkommando. Ihre Pläne für die mindestens nächsten zehn Jahre? Erstens einmal weiß ich nicht, ob das mindestens zehn Jahre sein werden, aber meine Pläne sind ganz einfach. Schwergewicht lautet Einsatzvorbereitung. Hier die Einsatzvorbereitung im Land in engster Abstimmung mit der Politik, mit den Behörden und Ämtern und Blaulichtorganisationen. Dann das Bundesheer, wenn es geht, noch besser aufzustellen, material- und personalmäßig. Und natürlich vielleicht auch das Bewusstsein in der Bevölkerung verankern, dass wir hier mit dem Bundesheer eine verlässliche strategische Reserve haben, auf die sie sich verlassen können. Eine ganz besondere Premiere, die wir heute hier erleben durften, dem scheidenden Militärkommandanten zu meinen Dankeschön zu sagen und eine hohe Auszeichnung des Bundes auch zu verleihen. Und gleichzeitig den neuen Militärkommandanten von Vorarlberg zu begrüßen. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass wir heute die Unterstützung für unser österreichisches Bundesheer, auch des Landeshauptmannes, erfahren durften. Im gemeinsamen Bemühen, das österreichische Bundesheer voll einsatzfähig zu machen. Und weiterhin dafür zu sorgen, dass wir unsere Heimat Österreich und Vorarlberg schützen, dass wir in der Lage sind, in Katastrophen zu helfen und dass wir am Ende des Tages gemeinsam unserem Land dienen.